Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 12346 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Nach einem hektischen Berufsleben können wir nun unseren Ruhestand genießen. Nach einem hektischen Berufsleben können wir nun unseren Ruhestand genießen. Die Planung eines neuen Unternehmens erfordert eine sorgfältige Prüfung der finanziellen Möglichkeiten. Die Planung eines neuen Unternehmens erfordert eine sorgfältige Prüfung der finanziellen Möglichkeiten. Sei ein guter Zuhörer. Oft brauchen Menschen jemanden, der einfach nur zuhört. Sei ein guter Zuhörer. Oft brauchen Menschen jemanden, der einfach nur zuhört. Sei ein guter Zuhörer. Oft brauchen Menschen jemanden, der einfach nur zuhört. Rufen Sie uns jetzt an für eine kompetente und kostenlose Beratung. Erst noch schnell einen Kaffee trinken, dann geht es los mit der Konferenz. Erst noch schnell einen Kaffee trinken, dann geht es los mit der Konferenz. Volksbücher oder Volksmärchen waren Erzählungen, die im Mittelalter in der Bevölkerung verbreitet waren. Volksbücher oder Volksmärchen waren Erzählungen, die im Mittelalter in der Bevölkerung verbreitet waren. Kann ich dir beim Kochen helfen, oder kommst du alleine zurecht? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.